Letztens hat meine Freundin diese wundervolle Bowl mit Kartoffeln, Avocado und Shiitake-Pilzen gezaubert und ich muss euch sagen, ich möchte mehr davon. Genau deswegen koche ich es heute auch mit euch und zeige euch, wie dieses wundervolle Rezept geht. Anfangen tun wir mit Kartoffeln. Ich habe hier 800 Gramm. Ob festkochend oder mehlich kochend, ist nicht super wichtig, aber wenn ihr die Wahl habt, nehmt ruhig mehlich kochende, denn wir machen heute so eine Art Kartoffelpüree auf dem Teller. Das Wasser ist hier auch schon mal heiß, beziehungsweise das Wasser ist momentan noch kalt, aber heizt sich gerade auf. Kartoffeln kommen ja immer direkt ins kalte Wasser. Mittlerweile habe ich auch gelernt, wieso das so ist. Einfach damit sie gleichmäßiger gart, denn ansonsten, wenn man es direkt ins heiße Wasser macht, ja, verkleistert so die Stärke und dadurch ist der Garprozess wohl nicht ganz so gleichmäßig. Brauchen darin ungefähr so eine Viertelstunde bei der Größe. Ich habe hier so 200 Gramm Shiitake-Pilze und ich persönlich liebe ja den Geschmack von Shiitake-Pilzen. Die sind ein bisschen teurer als Champignons, aber haben halt auch einen ganz besonderen Geschmack und ich würde euch auf jeden Fall mal empfehlen, die auszuprobieren. Falls ihr gerade auf Sparkurs seid, könnt ihr aber auch Champignons bei dem Essen nehmen. Ganz unten haben Pilze meist so eine trockene Stelle, deswegen würde ich auf jeden Fall den ersten Zentimeter vom Pilzstiel abschneiden oder natürlich auch den kompletten Stiel entfernen. Gibt ja auch Leute, die das nicht mögen. Als nächstes werden die Pilze dann klein geschnitten und je nach Größe könnt ihr die halbieren, dritteln oder vierteln. Einfach so, dass schöne mundgerechte Stücke entstehen dabei. Falls ihr mehr solcher kreative Rezepte bekommen wollt, dann drückt auf jeden Fall mal auf den Abonnieren-Button unterm Video, denn ich glaube, Rezepte können wir alle gut gebrauchen und so wisst ihr immer, was ihr am nächsten Tag kochen sollt. Die Pilze werden gleich nochmal angebraten, aber ganz wichtig ist dafür auf jeden Fall, dass die Pfanne richtig vorgeheizt ist. Deswegen warte ich jetzt auch noch ein bisschen, bis ich sie in die Pfanne gebe und kümmere mich in der Zwischenzeit schon mal um Frühlingszwiebeln. Die schneide ich einfach in ganz feine Ringe. Die kommen nämlich einfach so als Topping dann am Ende noch oben drüber und geben so ein bisschen Knackigkeit und Frische mit rein. Das Dunkelgrün könnt ihr ruhig mit benutzen, hat so einen schönen, herben Geschmack. Ich mag den eigentlich ganz gern. Zum Anbraten benutze ich heute mal Kokosöl. Das ist eh schon fast flüssig hier bei den 25 Grad. Die Pilze kommen dann direkt hinterher. Bei Pilzen geht es darum, das Wasser wirklich raus zu kochen und den Geschmack zu intensivieren. Ihr könnt zum Anbraten natürlich auch jedes andere Öl nehmen, was hitzebeständig ist. Wir können uns in der Zwischenzeit schon mal um die letzte Zutat kümmern und zwar die Avocado. Die Avocado, die würfeln wir. Nehmt auf jeden Fall nur richtig schöne reife Avocados. Die ist auf jeden Fall wunderbar reif. Einmal in die Mitte hauen, drehen und schon ist der Kern draußen. Bei der Avocado gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, sie zu würfeln. Die erste ist, sie einfach in der Schale direkt so ein Würfelmuster reinzuschneiden. Also einfach einmal so und dann nochmal dagegen. Und dann könnt ihr das Ganze einfach mit so einem Löffel rauslösen, indem ihr innen drin an der Schale entlang geht. Und dann merkt ihr schon, ihr habt wunderbare Avocado-Würfel. Und die zweite Variante, die funktioniert bei richtig reifen Avocados. Und da kann man nämlich einfach die Schale wirklich so abziehen, wie bei anderem Obst eigentlich auch. Funktioniert wirklich nur, wenn die Avocado echt schön reif ist. Aber dann geht es ganz einfach und dann bleibt auch das Avocado-Fleisch noch super in Form, sodass man es dann einfach auf die flache Seite legen kann und dann natürlich Würfel schmeiden kann. Welche der beiden Techniken ihr verwendet, ist euch überlassen. Aber ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, welche ihr euch cooler findet. So, die Shitake, die werden jetzt auch so langsam schon ein bisschen kleiner. Ein bisschen länger werde ich sie noch anbraten lassen, aber auf jeden Fall immer im Auge behalten, damit die auch nicht anbrennen. Aber gerade bei Pilzen dauert das echt ein bisschen. So, mit der zweiten Avocado machen wir ja genau das Gleiche. Die Shitake-Pilze bekommen jetzt auch so langsam Farbe und man riecht auch schon, wie toll, was sie für ein tolles Aroma haben. Das wird jetzt nochmal ein bisschen unterstrichen mit Sojasauce. So, ungefähr einen Esslöffel gebe ich jetzt drauf und lösche die einfach nochmal ein bisschen mit Sojasauce ab. Und ein kleines bisschen Mirin kann auch noch mit hinzu. Zack, so einen kleinen Teelöffel, der reicht schon aus. Alles nochmal ein bisschen miteinander vermengen. Und so ganz kurz einköcheln lassen. Die Hitze habe ich jetzt schon weggenommen, aber so ein bisschen lasse ich es da drin jetzt noch einköcheln, damit es einfach so ein bisschen in die Pilze reinzieht. Die Kartoffeln habe ich in der Zwischenzeit auch schon mal abgegossen. Die sind gegart. Ich habe gerade den Test mit der Gabel gemacht. Und jetzt werden sie ganz klassisch einfach zerstampft. Das könnt ihr machen auch mit der Schale, wenn ihr die Schale vertragt. Es gibt ein paar Leute, die vertragen die Kartoffelschale nicht. Da einfach nochmal schälen. Aber ansonsten einfach zerdrücken. Müsst ihr auch nicht super fein machen. Einfach so, dass die Kartoffel schon mal ein bisschen zerkleinert ist. Und jetzt, ganz spannend, kommt auch noch so ein bisschen Avocado da mit rein. Und irgendwie macht es geschmacklich enorm viel aus. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich an dem Fett von der Avocado oder so, dass die einfach nochmal so ein bisschen da drunter gestampft wird. Sehr, sehr interessante Technik, die ich auch noch nie irgendwo anders gesehen habe. Aber es schmeckt verdammt gut. Wenn es dann einigermaßen klein ist, könnt ihr den Topf schon mal an die Seite geben. Und mit der Resthitze könnt ihr jetzt noch kurz Sesam rösten, wenn ihr möchtet. Ich finde es sehr super lecker und gerade bei dem Essen darf es auch nicht fehlen. Unsere gestampften Kartoffeln mit der Avocado gebe ich jetzt schon mal auf einen Teller. Und ich weiß, das wirkt erstmal richtig komisch, aber geschmacklich, es schmeckt so gut. Glaubt mir. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Ein paar Avocado-Würfel habe ich mir auch noch übrig gelassen. Die packe ich einfach dann auch noch dazu, dass es auch noch schick aussieht auf dem Teller. Einen kleinen Schuss Olivenöl könnt ihr da jetzt auch nochmal drüber geben. Wirklich nur so ein ganz wenig, vielleicht so ein Teelöffel oder sowas. Aber es macht echt auch nochmal geschmacklich was. Und es gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen seidigeres Gefühl. Darüber kommen dann unsere wunderbaren Shiitake. Außerdem ein bisschen Frühlingszwiebel. Wenn ihr möchtet, auch noch so ein paar Sprossen. Wird dann umso gesünder. Und ich habe mir auch vorgenommen, mal ein paar mehr Sprossen zu essen, weil die Teile es so in sich haben von den Nährstoffen. Beim Sesam auf jeden Fall aufpassen, denn er verbrennt so unglaublich schnell. Immer im Auge behalten. Der kommt jetzt auch schon mal drüber. So ein bisschen heißer, frischer Sesam. So, das reicht erstmal aus. Der andere kommt zur Seite. Und ich nehme manchmal auch noch so ein bisschen schwarzen Sesam. Ich finde, es sieht einfach optisch ziemlich cool aus. Ist aber geschmacklich genau das Gleiche. Ein bisschen Zitronensaft noch drüber. Und schon habt ihr ein unglaublich geniales Essen fertig. Das ist vegan. Es ist gesund, super lecker und echt, echt empfehlenswert. Deswegen macht es gerne nach. Sagt mir, wie es geschmeckt hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.